ja was geht ab liebe leute hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von watchdog 2 so wir töten jetzt den anführer der astekas dann hätten wir diese bonde glaube ich komplett eliminiert und das machen wir jetzt weil ich richtig fahren will natürlich hier ist irgendwo was geht's hm scheißegal ja 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 So, wo bist du? Du schießt gerade voller drüber. Du musst aber irgendwann weggehen. Oh, ich bin ein Bock, dass ich hier bin. Hier solltest du nicht zocken, Brenner. Pass auf, was du tust, Rottel. Hm, zu hier muss ich natürlich hin. Ach, scheiße, der ist weg. Ich bin ein Bock, dass ich hier bin. Ich bin ein Bock, dass du in den Haus reinkommst. Viel Glück, Mann. Können wir dir irgendwie helfen? Danke, wir dürfen nicht auffallen. Ich gehe allein rein. Ah, ich hätte die gar nicht attackieren müssen. Ja. Dumm, 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 dumm. Schatz, wie komme ich da runter? So. Wie war das für ein Restaurant? Warum? So, komme ich auf jeden Fall nicht rein. Komm ich zu rein? Oder nicht? Oder nicht? Hä? Shit, das wird sicher einen ganzen Haufen Tescas auf den Plan rufen. Die Hundekämpfe sind super laut. Schließ einfach alle aus, wenn es geht. Das müsste reichen. So, Leute, jetzt gehen wir kurz hier einen Break. Wir sehen uns gleich wieder. Jo, willkommen zurück zu Rottel. Willkommen zurück zu Rottel. Alter, was ist mit meiner Steuerung? Steuerung, Steuerung, Steuerung. Die Polizei, hilf mir, hilf mir. Das ist mit meiner Steuerung. Ist bekannt. Halten Sie für die Info-Strahlen. Shit, 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 shit. Ein Mann mit Waffens. Wiederhole, ein Mann mit Waffens. Thanks for the help guys. Die Polizei ist auf die Leute verlassen, aber diesmal konnten die mir nicht helfen. Aber es ging schon voll am Anfang an schief. Was für ein Restaurant muss ich denn durch? Da ist irgendwo eine Kamera. Das ist eigentlich gar nicht okay. Na, da muss ich durch. Kann ich irgendwas hacken, sag mal? Ich finde hier gerade nichts hackbares. Ich finde hier gerade nichts hackbares. Hm. Hm. Junge, gehst du da hoch oder wie sieht das jetzt aus? Hm. Die KI feiert sich nicht so wie ich es gerne hätte. Was zum Teufel war das? Junge, geh doch mal nachschauen, Mann. Tsk. Scheiße. Ah, die feierten sich wirklich nicht so wie ich es gerne hätte. Moment. Hey. Oye, oye. Mierda, que chingadera. Finde ihn und jagt ihm ne Krugel rein. Wir gehen kein Risiko ein. Das ist... Mierda, no! Mierda, no! Ouh! Oh! Ah! 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 Es ist... Nico de puta, hast du scheiß krach? Hey, ich sag die geilsten Boss. Ich übernehme das Reden. Jetzt findet die Typen. Verdammt, der Chabal hat uns abgehängt. Ich suche gerade irgendwie die Möglichkeit da reinzukommen. Aber ich finde einfach keiner. Das glaube ich jetzt nicht. Das wird sicher einen ganzen Haufen Tescas auf den Plan rufen. Die Hundekämpfe sind super laut. Schließt einfach alle aus wenns geht, das müsste reichen. Haha, ich bin drin, bitch. Und mein großes Problem ist, ich brauche irgendwann wieder einen Notfallplan. Und ich weiß nicht wie der aussehen soll, damit ich hier wieder wegkomme. Schau dir den süßen Ferro an, ey. Vielleicht will er dir deine kleinen Huevos abmeißen, bitch. Ich hab alles gesagt! Hört auf! Bitte! Hey, Wanto! Wie heißt es? Du kannst doch kein Messer mit dir herbringen machen. Nein, Mann! Ich bring ihn zu Pablo! Nein, Pablo! Nein! Nein! Bitte nicht! Okay. Wo ist Pablo denn? schon. Wie im Sinn von euch haben gehört, dass ein Gruppel uns den Tescars gar nicht gewartet? Induliert diesen Scheiß einfach! So lange ich hier bin, sind die Tesco stark und werden es bleiben. Und jetzt, lasst die Hunde raus. Packen wir es an. Wo sind die eigentlich hier über mir? Ich finde sowas mega mies, habe ich gehört. Von sowas bin ich wirklich überhaupt kein Fan, zugegebenermaßen. Fuck, da fehlt mir was. Shit, 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 shit. Hey, Bello. Na, wie geht's uns? Okay, ich habe ein paar Infos, ich schenke dir, was du wissen musst. What the fuck? Ich war eigentlich cool mit dir. Hat er mein Roboter gekillt schon? Okay. Ich war nicht Who? Schüt schüt... Schüt schüt schüt... Schüt schüt Das ist für Horatio, Bitch! Man, du bist ja ganz clever. Das wäre ich bloß ohne dich gewesen. Die Frage ist, wie hau ich denn von hier ab? Fuck. Fuck, ich weiß nicht, wie ich hier wegkomme. Fuck, 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 fuck. Ja, wie komme ich denn hier raus? Hä? Hä? Ich habe keinen Plan, wenn ich hier wegkomme, Leute. Hier ist doch Exit. Hä? 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 Ich habe das Gefühl, ich bin hier oben und ich muss jetzt nach oben mit dem Fahrstuhl, aber... Wait a minute. Ich habe keinen Plan, wenn ich hier wegkomme. Und ich habe wieder ein Problem. Das ist jedes Mal dasselbe. Das ist genau wie bei Dishonored. Ich habe keinen Plan, wenn ich hier wieder rauskomme. Nee, warte mal. Hä? Gott dammit, wie komme ich hier weg? Jesus fucking Christ, wie komme ich hier raus? Jetzt bin ich, glaube ich, auf der komplett falschen Pferde. Mein Wasser. Da war ich. ổi. War ich. War ich. War ich lat. War ich mal. Germany war ich mal? War ich mal. Wenn Papa hier bloß wüsste, wie ich hier wieder rauskomme, oder? Hä? 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 Was ist ein Gott? Ja, ich hab keinen Plan, wenn ich hier rauskomme. Muss ich irgendwas anzapfen? Komm schon, Alter! Ich bin maximal verwirrt, weil ich hier nicht weiß, wie ich hier wegkomme. Aber ich komme scheinbar nicht über demselben Weg raus, wie ich reingekommen bin. Okay, die Suche geht weiter. Okay, die Suche geht weiter. Ähm, hier gibt es doch irgendwo eine Treppe nach oben. Ist hier ein Weg raus? Nein. Wenn you don't know, then you don't know. Gibt es hier noch irgendwo einen Weg nach oben? Ist alles nach unten. Ey, ich brauche einen Weg nach oben. Ey, ich finde den Weg nach oben einfach nicht. Ey, da meine Leute, verscheitert ihr mich gerade? Wie komme ich denn zu den Leuten da hoch? Die Musik ist zwar geil, aber ich habe keinen Plan, wenn ich nach oben komme. Ey, Leute, ich habe keinen Ahnung. Ich muss doch hier irgendwie hochkommen. Ey, wo sind die ganzen Leute denn? Wie sind die alle nach oben gekommen? Wie komme ich denn da hin, wo die sind? Wie komme ich denn da hin, wo die sind? Das ist ein Hund, da will ich den mich gar nicht befreien. Hä? Ich häng grad sowas von auf den Schlauch. Es muss doch einen Weg nach oben gehen. Die Szene wurde gesichtet, eine neue Entfluss. So, ich bin relativ weit oben, oder? Nein. Ich hab keinen Plan, wo die sind, ich weiß noch nicht, wie die da hochgekommen sind. Ich hab keinen Plan, wie ich hier rauskomme. Ich hab keinen Plan, wie ich hier rauskomme. Damit ich hier wegkomme, aber ich seh hier nichts, Alter. What the fuck ist hier? Hä? Leute, ich mach mal jeden Folgen, weil ich hab keinen Plan, wie ich hier wegkomme. Bis dahin, haut rein und...